Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Wir fahren jetzt vom Wald, um bislang mit der Ernte zu beginnen. Holz, Holz, viel Holz. Nebenbei läuft die Sawyerhärte in den letzten Züge. Und dann kann da die Aufsache beginnen. Gerste. Da gibt es Gerste. Gerste ist gut. Aber zuerst fahren wir in den Wald. Da muss ich keine Bäume schneiden. Das ist ein Wald rechts von mir. Da kleben wir schöne große Bäume. Da lohnt sich. Mal schauen, ob wir den Wald kriegen für Bäume, Heiberpflanzen. Aber dann fahren wir den nächsten Aufnahme zwischen. Freude, dass man gefällt. Gewiesen hat der nur verkauft. Die Rundballen gefällt mir nicht. Die sind immer wieder weg. BGH, die wir machen, während wir hier in der Nähe Mais anpflanzen. Das ist mein Gasser. Das ist mein Gasser. Das ist mein Vorderband. Gleichritten. So. Jetzt rücken wir mal den Borkenkäfer an die Wäsche. Auf den Greifer soll man noch die Länge einstellen. Ein Meter ist keine gut Länge. 10 Meter nochmal. Er der Rundballen. Die Rundballen fliegen. So, das ist unser erstes Baum. Können wir erst mal Tanten bauen, ne? Das sind drei Stück, quasi ein Meter. So, das werden wir noch einstellen, damit wir die kleinen Reste kriegen. So, das stimmt. Vielen Dank. Das ist ein großer Baum. Wieder ein Hamper. Aber die wachsen ja nicht mehr. Das wird nur angesetzt. Das wird nur verschenkt. Das war's. Das war's. Oh, schon raus. Oh, einer ist fertig. Das müssen wir gleich um kümmern. Das ist ein Ast. Unfall. Unfall. Gut. Keiner gesehen. Sprit sparen. So. Schau mal an. Der ist auch fast fertig. Klasse. Das war's schon gut gemacht. So. Der fährt gerade so ja weg. Den lassen wir gleich hier. Der fährt gerade so ja weg. So. So, dann nochmal. So, fertig. Jetzt kann man eben gleich über. So. Dein Kollegen. Eine Reihe. BD. Oh. Ah, Zeit. Achtung. Nächste. Können wir uns gleich ran schmeißen. An die Aussage. Der erste. Wir fahren gleich. Rüber. Hacker runter. Nicht gegen den Baum fahren. Den wir den nächsten gleich nehmen. Den fahren wir auch rüber. Das ist ein bisschen weh. Das ist ein bisschen anders. Kann der Video bei. So. Das geht auch gut. da steht der schwarze und der rote das sieht gut aus kann ich gleich den nächsten abendsgang machen und hier bestellen passt das ist jetzt so unser artgut starten wir hier immer so da ist ein sauber ne das ganze blöde ist der halte kurz da oben dann schauen wir mal die 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So ein gleich großes Feld habe ich nicht. Was kostet das Feld da überhaupt? Was würde das Feld da oben kosten? Die 12 kostet 800.000. Das ist heftig. Der hat einen Wert von 1,2. 2,2. Der kostet 3. Jups. 6 Millionen. 2,6. Längerfristig gesehen. Aber hier die 12. 12 wäre bezahlbar. Und wäre dicht am Hof. Okay. Ich muss gerade noch gefühlt werden. Ich bin gespannt, ob hier was wächst. So jetzt gehts zurück zum Feld. Kannst du mal setzen? Äh. Ja. Die kommen noch nicht mal nach. Garantiert. Muss da gepflückt werden. Oder Kalk. So. Kalk. Warte ist. Boden geschafft. Muss da gepflückt werden. Oder fliegen wir gleich mal. Das passt. Gleich. Da können wir gleich. Den. Anderen Traktor nehmen. Den. Den hier. Okay. 2. Spezialflug. 1. 2 Bis zum nächsten Mal. so da ist Arbeitsmodus Kurskönnerhebung 12 15 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 Arbeiten lassen. Machen wir die Marien leer. aber erst auf die lenkung und ein bisschen licht ich muss garanti noch kalt auf dann fangen wir vor der Ausdruck rüber nach der nächsten Höhe passt ja eh können wir uns gleich den anderen mittler zurück geben wenn der leer ist sah nicht so aus unser ist leer wo ist der lkw da können wir auch nicht verschenken soja ist nicht so wertlos sobald wir uns dann leer gemacht haben dann werden wir dem gebietet Fahrzeug zurück gehen gut ist soweit dann sage ich schönen Dank und sieht sich wieder entschuldigung entschuldigung so dann brauchen wir uns hier nicht mehr herfahren bei 460 dann geht nur einigermaßen und hier auf dem Ort aber dann wird es heute nicht mehr aussehen oh ha 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 hat das ja den gar nicht genommen naja gut dann könnte man nicht so schnell fahren schickt die laste wahnsinn ja mal die noch schauen aber die hänger noch ein komisches verhalten hier wo nicht mal älter werden kann auch sein so lieben freundschaft das soll es für die heutige Folge gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich freuen über einen like gerne über ein abo dann sage ich mal schüßen Wienge Winke ich danke schon mal Wienge Winke und ich hoffe es bis zur nächsten Folge Tschaui